Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti. Habe ich euch eigentlich jemals gefragt, warum ihr trainiert? Trainiert ihr für einen Wettkampf oder aus rein kosmetischen Gründen für euch, wie die meisten ja eigentlich und wie auch ich? Oder Fitness, Gesundheit oder im Alter sich noch ein bisschen halten oder dergleichen? Und selbst wenn es für einen Wettkampf ist, habt ihr euch eigentlich mal gefragt, warum ihr diesen Wettkampf machen wollt? Warum wollt ihr auf die Bühne? Würde mich interessieren. Denn die große Frage, die am Ende des Tages bleibt, ist, werden wir dadurch glücklicher? Vorausgesetzt dafür ist natürlich, was der alte Philosoph in mir immer wieder betonen muss und mich daran erinnern, dass eigentlich alles, was wir tun in diesem Leben, dazu beitragen soll, im Endeffekt uns glücklicher zu machen, uns zufriedener zu machen, uns im Leben ein besseres Leben zu bescheren. Hier auf Erden. Klingt das jetzt ein bisschen zu hoch, Trapp? Was bei meinem Kanal oft untergeht bei den Leuten, ist, dass es hier sich um Lifestyle-Bodybuilding handelt. Ja, ich habe einen Teil meines Lebens dem Bodybuilding gewidmet. 25 Jahre. Ich mache das mit großem Ehrgeiz, wahnsinnig viel Trainingsenergie, habe mir unglaublich viel Wissen angeeignet. Da könnte man auch meinen, das wäre nicht so. Sondern ich habe dem einen Teil meines Lebens gewidmet, dann muss es ja ziemlich ernst sein. Und ich habe auch schon ziemlich ernste Ernährungszeiten hinter mir. Dennoch richtet sich alles und jede Message, die ich hier habe, vor allem an den Lifestyle-Bodybuilding. Was bedeutet Lifestyle? Es soll also positiv zu unserem Leben etwas beitragen und uns damit glücklicher machen. Es soll uns nicht mehr Stress machen. Es soll uns nicht mehr vor allem mentalen Stress machen. Und wir laufen nur noch rum, um uns im Spiegel zu sehen und zu vergleichen. Und eigentlich sind wir unglücklicher, weil wir in dieser furchtbaren Bubble sind. Wenn man auf der Fibur war, der weiß, was ich meine. Sondern eigentlich sollte der muskulöse Körper, egal ob der kosmetische, der gesunde, positiv sich auf unser Leben auswirken. Und am besten auch noch mit dem Weg, der das Ziel ist. Also schon während des Trainings und während wir das Ganze machen. In meinem Fall, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern und ein Beispiel dafür zu bringen, ich trainiere seit 1998. Ja, ich weiß, manche von euch halten das für das Geburtsjahr, aber nein, ich trainiere jetzt schon seit 26 Jahren. Ich habe damals damit angefangen, um beim Basketball nicht mehr ganz so leicht von jeder Windböe wegzustoßen zu sein. Und bin dann anschließend dazu übergegangen, mehr von der Theorie wissen zu wollen. Ja, die Praxis hat mich damals relativ wenig interessiert. Ich konnte mich nur schwer als Sportler dazu hinreißen, immer von 1 bis 10 zu zählen und Übungen zu machen. Keinen Challenge-Partner zu haben. Das war einfach nicht mein Ding. Aber bei 56 Kilo Körpergewicht, tja, das ist ein Kurzhandel, den ich heute bewege, musste ich dringend etwas daran tun. Für meinen Sport. Und ja, dann hatte ich einen Ort gesucht, an dem eine wahre Wellness-Oase da war. Nämlich in einem Schwimmbad und da habe ich angefangen. Dann hat mich aber die Theorie begeistert. Denn ich war schon immer ziemlich wissbegilend und habe mich gefragt, wie wachsen überhaupt Muskeln? Wie kommt das, dass manche so muskulös sind und andere nicht? Und habe dann eben die ganzen Trainerscheine gemacht, mich fortgebildet und war eben nun auch Fitnesstrainer dort. Jetzt will ich gar nicht so weit von meiner Fitnessgeschichte hier erzählen mit allen Etappen. Aber was hat es positiv zu meinem Leben beigetragen? Abgesehen davon, dass ich blendend aussehe und in jedem Autofenster meine Arme richtig gut zur Geltung kommen. Seitdem ich mit diesem Sport angefangen habe, habe ich ein großes Netzwerk aufgebaut. Und sowohl Freunde gewonnen im Fitnessstudio, als auch natürlich ganz erweitert Klienten, einen Beruf daraus gemacht, Geld gesammelt bis hin zu YouTube. Und das hat mich zu euch gebracht. Also auch das ein großer Mehrgewinn für mein Leben, der mir wirklich Freude macht. Diese Community existiert nur deswegen. Außerdem wisst ihr, dass ich Reisen liebe. Und selbst auf den Reisen hat es mir so viel Positives gebracht. Es gibt bereits schon ein Video, wo ich mal darüber gesprochen habe und ein paar Eindrücke gezeigt habe. Aber ich liebe es, wie die Leute im Ausland darauf reagieren. Und nein, es geht hier nicht um reine Bestätigung, die man bekommt, denn das geht ein bisschen darüber hinaus. Es ist einfach ein wahnsinnig toller Connection Point im Ausland. Und der Rebell und der Philosoph in mir mag es natürlich, dass ich mit diesem Körper so manch ein Fragezeichen über die Gesichter zaubere, weil die es einfach nicht mehr einordnen können, wie jemand nicht so ganz dem Klischee entspricht. Tja, und darauf bin ich auch tatsächlich stolz. Unterm Tisch könnte man also sagen, es hat mein Leben ziemlich positiv beeinflusst und bereichert. Und selbst in den Trainingseinheiten hatte ich richtig viel Freude empfunden. Und an dieser Stelle mal ein kleiner Test für euch. Ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen. Hört also gut zu und versucht, das Ganze hier nicht zu skippen. Und was ihr auch machen könnt, damit die Community direkt Teil davon haben kann, über die ich ja gerade gesprochen habe, ich habe diese Fragen mal unten in die Infobox gebracht, damit ihr da möglichst einfach einen Weg habt, diese einfach zu kopieren, in den Kommentar einzufügen und dahinter eure Antworten zu bringen. Dann habt ihr es etwas leichter und müsst nicht irgendwie die Fragen nochmal selbst abtippen. Wer also Bock hat, macht das direkt so. Ansonsten macht es für euch zu Hause und beantwortet diese Fragen. Ich bin mal gespannt, wie es das Ergebnis sein wird. Wann in die Fall ist, Fragen nochmal. Wie viel Freude bereitet dir das Training und alles drumherum? Bist du glücklich im Gym? Bei der Fahrt dorthin schon? Und wie kommst du zurück? Mit einem guten Gefühl? Ich habe trainiert. Oder eher ein bisschen zerdötscht und ich will nur noch ins Bett. Frage Nummer zwei, eine Frage der Disziplin. Wenn ein Freund fragt, ob du an dem Abend etwas machen möchtest, wo eigentlich dein Training wäre, sogar vielleicht deine Lieblingseinheit, was machst du dann? Dritte Frage. Suchst du im Urlaub nach einem Gym oder nimmst sogar Sachen mit, irgendwelche Bänder oder guckst, dass du da zumindest ein paar Liegestütze oder dergleichen machst? Viertens. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du mal vier Tage hintereinander ungeplant nicht zum Training kommst? Oh mein Gott, ich habe all meine Gains verloren. Der Arm war irgendwie dicker. Es fühlt sich alles so weich plötzlich an. Fünfte Frage. Korrumpiert das Training irgendwie deinen Alltag? Also ich meine jetzt negativ. Sowohl beim Essen, das du natürlich rund ums Training machen musst, wo du merkst, okay, ich kann nicht mehr alles mit Freunden essen und ich kann die Grillparty nicht mehr so genießen und ich muss einfach zu viel kochen und bin die ganze Zeit in der Küche oder ich muss die ganze Zeit auf Diät sein, als auch natürlich die Zeit, nimmt es zu viel Zeit weg, habt ihr dadurch keine Zeit mehr für was anderes, für eure Familie oder für Freunde und so weiter. Und die letzte Frage. Was empfindest du, wenn du andere, gutaussehende, tolle, muskulöse, schlanke, was auch immer, Körper auf Social Media oder auch im wahren Leben siehst? Was geht dir durch den Kopf? Hauptsächlich geht es darum, dass du die Fragen ehrlich für dich selbst gerade beantwortest, denn die könnten zu so manch Einblicken führen. In meinem Fall kann ich schon mal eine Sache vorwegnehmen, bevor ich auf die Fragen ein bisschen näher eingehe. Ich habe mich immer für das Leben entschieden. Das bedeutet, das Training sollte immer und auch der Körper, der daraus resultiert, eine gute, eine wirklich tolle, wünschenswerte Ergänzung zum Leben sein, so wie Supplements eine Ergänzung zur Ernährung sein sollten. Und das krasseste Beispiel dafür ist wahrscheinlich mein Reiseleben. Ihr wisst, wie wahnsinnig ambitioniert ich bin als Bodybuilder war und das früher gemacht habe, zumindest wenn ihr den Kanal schon länger verfolgt. Kleine Stichpunkte dazu, langes Training, hartes Training und dann die fünf Jahre an der Uni, das heißt ab meinem dritten Trainingsjahr, habe ich es geschafft, 8000 Kilokalorien zu mir zu nehmen. Mir geht es gar nicht darum, mir mit irgendwas zu beweisen oder euch das zu beweisen. Ich musste Öl in Shakes tun, ich musste zweimal nachts aufstehen, ich musste tagsüber und das haben all die Leute, die mit mir an der Uni waren, immer mitbekommen, fressen, 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 ich war so viel in der Küche und all das, um Muskeln aufzubauen und über nur 80 bis 85 Kilo zu kommen, was andere einfach so schaffen. Ja, ich musste hart arbeiten. Aber irgendwann habe ich ein Reiseleben begonnen. Und was habe ich da gemacht? Obwohl ich endlich nach sieben, acht Jahren diesen Körper aufgebaut habe mit so viel Einsatz und dann sollte man ja eigentlich schon in diesem Tunnel drin sein, habe ich dann Reisen gemacht, die zwischen ein und drei Monate gingen, in Ländern, die fernab von jedem Gym waren, also afrikanischen, asiatischen Ländern, wo der Rucksack aufkommt, wo man der Sonne ausgesetzt ist, wo man vielleicht nur einmal am Tag etwas zu essen bekommt, kaum was zu trinken und wenn man daran denkt, auch nur einen Liegestütz zu machen, in dem Stadium wird man krank. Heißt, ich habe zwei, drei Monate komplett auf Training verzichtet. Ja, kein Liegestütz, nichts. Bin dann wiedergekommen und habe angefangen, wieder zu trainieren. Das habe ich 15 Jahre lang so gemacht, wo ich immer nur ein halbes Jahr im Jahr trainiert habe. Und es hat mich unglaublich entgiftet. Denn jetzt kommt die große der zugrunde liegenden Rechnung dafür. Eigentlich tun wir das Ganze alle von euch da draus, um unser Leben, wie gesagt, glücklicher zu gestalten. Egal, ob ihr auf die Bühne wollt, denn ihr wollt ja auf die Bühne um was? Um eigentlich euer Leben glücklicher zu gestalten. Ihr wollt vielleicht Wettkämpfe gewinnen, ihr seht darin den Sinn eures Lebens so ein bisschen oder zumindest euer Leben zu bereichern. Das tun wir am Ende alle. Aber es ist das Menschenmakel, dass er oftmals auf halber Strecke vergisst, wo er eigentlich hin wollte. Das sehen wir sehr oft. Beispiele dafür, Karriere. Vielleicht das berühmteste Beispiel. Die Leute sind so sehr damit beschäftigt, Karriere zu machen, haben einen solchen Fokus. Ich will weiter nach oben kommen, ich muss Überstunden ableisten, ich muss meinem Chef gefallen, um weiter Karriere zu machen. Sie sehen, Sie haben dann auch den Erfolg. Jahr für Jahr steigen Sie weiter nach oben, der Kontostand wird immer besser, Sie haben ein immer größeres Ansehen. Aber Sie vergessen bis zu Ihrem 56. Lebensjahr ganz, warum Sie das getan haben. Eigentlich wollen wir ursprünglich uns nur eine Lebensgrundlage mit Arbeit geben. Denn jeder würde lieber auf einer Yacht irgendwo in Spanien sein oder mit seinen besten Freunden irgendwo bei einem Sonnenuntergang. Shakespeare zitieren. Wer macht das nicht gerne? Aber Sie sind dann so sehr in dem Trott da drin, dieses Mittel zum Zweck möglichst zu maximieren, dass Sie den Zweck ganz vergessen haben. Und das gilt für alle. Selbst wenn die meisten Leute, die wirklich hartgesotten sind, sagen, aber ich habe Spaß an dem Erfolg in der Arbeit und ich habe Freude an meiner Arbeit. Wenn ich dann die Fangfrage stelle, okay, wenn du einen richtig tollen Arbeitstag hast, ist das besser oder wärst du in der gleichen Zeit lieber irgendwo auf einer Yacht vor Los Angeles mit deinen drei besten Freunden oder mit deiner Familie zusammen? Heißt ja gut, okay, aber das kannst du ja nicht mit Arbeit vergleichen. Aber für die Arbeit macht es mir Spaß. Genau das ist es. Wir müssen die Skala auflösen von für Arbeit und für Freizeit. Es ist eine Skala, die das Glücklichsein unseres Lebens ausmacht. Ja, Herr Doktor, natürlich bin ich glücklich. Ich habe jetzt fast eine Million Euro auf meinem Konto. Wenn ich 60 bin, werde ich mich zur Ruhe legen. Dann habe ich es endlich geschafft. Und das vergessen wir teilweise auch in anderen Bereichen. In der Beziehung. Wenn wir diese um jeden Preis halten wollen oder um jedes Preis, um jeden Preis wieder ein Männchen oder ein Weibchen abkriegen wollen. Eigentlich wollen wir aber nur glücklicher sein. Passt das hier noch rein? Familie gründen. Wenn das nur noch Arbeit und Stress ist, wenn selbst die Hochzeit mal irgendwann Stress war, warum machen wir das eigentlich? Und ich erlebe es auch mit in meinem Beruf im Marketing, dass die Leute so sehr darauf aus sind, möglichst gute Social-Media-Zahlen, KPIs zu haben, dass sie ganz vergessen, dass die eigentlich da sind, um nur einen Indikator dafür zu haben, wie viele Menschen man erreicht und sein Produkt verkaufen kann. Ich liebe dieses Bild einfach. Sieht man das überhaupt? Das erste Bild, das mir gemalt wurde. Ach Gott, ihr wisst gar nicht, was in einem vorgeht, wenn man das sieht. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz auf die Fragen zurück und ich gehe hier nur auf eine ein. Wenn ihr alleine schon gesagt habt, ja, ich habe die Disziplin. Wenn ein Freund fragt, ob ich um Mittwoch um 19 Uhr Zeit habe, nein, da ist Sportzeit. Dann muss das eben drumherum gemacht werden. Die Disziplin habt ihr also, dann habt ihr aber gar keine Disziplin, was euer Leben angeht. Letzten Endes macht ihr all das nur jede einzelne Wiederholung, um euer Leben glücklicher zu machen. Und eins würde ich jetzt wirklich sagen und dafür meine Hand, sagt man, meine Hand ins Feuer halten, dass ein Treffen mit einem Freund und nicht nur irgendwo abhängen und sinnlose Sachen reden, ein echtes Treffen mit einem guten Freund immer mehr wert ist als die eine Trainingseinheit. Und ja, auch wenn das alle drei Wochen geschieht. Ich kann nur sagen, meine Priorität ist da ganz klar. Selbst wenn ich gerade schon drei Tage nicht trainiert habe und selbst wenn ich ehrgeizige Ziele habe und selbst wenn die FIBO vor der Tür steht, 27 Tage, 6 Stunden, 39 Minuten und 54 Sekunden, 52 Sekunden, 50 Sekunden, sage ich automatisch ja. Und ich habe mir mal irgendwann auch vorgenommen, das ist ein eisernes Prinzip. Niemals werde ich eine Trainingseinheit dazwischen kommen lassen. Nie. Was übrigens eine Ausnahme ist, wenn eure Freundin oder euer Freund immer wieder mit dieser Schnute ankommt, weil er selbst kein Trainierender ist. Oh, musst du denn jetzt gehen? Willst du nicht bleiben? Und dann hängt man doch nur vom Fernseher ab. Nein, im Alltag sollte man schon sein Training einbauen. Ihr wisst, dass ich euch schon mehrmals Blinkist empfohlen habe. Blinkist ist eine App, die ich schon seit mehreren Jahren benutze und in jüngster Zeit zum Glück mit denen zusammenarbeiten darf. Und diese kann hervorragend genau das unterstützen, wovon ich gerade rede und worum sich dieser Kanal dreht. Für mich bedeutet nämlich Trainingszeit nicht etwa einfach nur, heute wird die Brust und der Bizeps trainiert. Für mich ist die Trainingszeit so viel mehr geworden. Und damit kommen wir zu, der Weg ist das Ziel. Wenn ich Training habe, freue ich mich auf die Zeit im Gym. Und ja, ihr wisst, ich trainiere ziemlich einsam. Ich mag es nicht, wenn auch nur fünf Leute da drin sind. Sollten da nur eure Buddies drin sein, könnt ihr das natürlich gerne machen. Aber ich liebe es, dass ich da Me-Time habe. Me-Time ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Gibt es dafür eigentlich einen deutschen Begriff? Ein wenig Ich-Auszeit. Zeit, in der ich einfach nachdenken kann, laut denken kann und mich keiner dafür auslacht, dass ich mit mir selbst rede. In der ich auch nicht abgelenkt bin, irgendwas zu beobachten. Keine Reize von außen bekomme, nur ich da bin. Im ganzen Universum existiere nur ich. Und das genieße ich dort sehr. Man denkt über sich, über sein Leben nach, hat manchmal nostalgische Stimmungen, gibt sich denen hin, was es auch immer ist. Aber es ist für mich auch mit die kreativste und inspirierendste Zeit. Ich mache so viel Sprachmemos über neue Konzepte und Ideen, teilweise für Videos oder für so bekloppte Sachen wie mit einer 100-Kilo-Hantel auf einen Berg zu gehen. All das entspringt dieser Zeit, wo ich mächtig unter Booster bin und wird dadurch beflügelt. Zeitgleich mache ich aber ein ernstes Training. Das lenkt mich nicht davon ab. Und selbst das anschließende Duschen und wieder das Fitnessstudio zu verlassen, all das, sogar die Fahrt dorthin, genieße ich jede Minute. Und das schmücke ich dann auch ganz gerne aus. Ich höre nicht einfach nur wieder Musik, obwohl, wenn ihr Musikliebhaber seid, macht das. Ich höre ganz gerne Bücher. In der Zeit kann ich sogar Bücher lesen. Auf der Fahrt dorthin ein Buch. Während des Trainings ein zweites Buch. Und dann anschließend unter der Dusche, wenn es irgendwie klappt. Oder auf dem Rückweg ein drittes Buch. Wie? Das geht mit Blinkist. Blinkist fasst Bücher nun mal richtig gut zusammen. Das ist deren Hauptaufgabe und dadurch existiert die App und ist so beliebt geworden. Ein ganzes Buch, für das ihr sonst Wochen braucht, um es zu lesen und vielleicht gar keine Zeit dafür findet, denn das könnt ihr nicht während der Autofahrt machen, wird dort zusammengefasst in nur wenigen sogenannten Blinks für 15 Minuten. Das heißt, ihr könnt euch bilden und kommt gebildeter zurück. Und zusätzlich mit einem schönen Brustmuskelkater. Ist das nicht toll? Bodybuilding und Geistesbildung zusammen. Mir macht es unheimlich Spaß. Vor allem wird man dadurch auch wieder inspiriert. Kann wieder an neue Dinge denken. Und macht wirklich was Produktives. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne mal ein Buch empfehlen, das genau in diese Kerbe schlägt. Und zwar von Vladislav Yachtchenko. Manipuliere dich glücklich. Ich liebe Bücher, die so in Richtung Psychologie gehen. Und genau hier geht es um die besprochenen Themen. Wie schafft ihr es und hinterfragt erstmal überhaupt, ob ihr überhaupt die Dinge, die ihr im Leben tut, fürs Glücklichsein tut und ob die euch weiterbringen. Was gibt es für Lifehacks, um das Glück mit euch zu führen und nicht die äußere Welt dafür verantwortlich zu machen? Kriegt ihr den Job, den ihr wollt? Kriegt ihr das Auto, das ihr wollt? Kriegt ihr das iPhone, das ihr wollt? Kriegt ihr die Freundin, die ihr wollt? Und so weiter. Hier werden sogar tatsächlich die Bauchmuskeln und das Sixpack erwähnt. Und vielleicht bringt es euch mal ein wenig, genauso wie dieses Video hoffentlich, ins Grübeln, warum ihr das Ganze macht. Deswegen folgt ganz gerne dem Code unten und ihr bekommt auch noch einen schönen Rabatt. Probiert es einfach mal aus. Ansonsten einfach nur eine Woche ausprobieren und dann wieder kündigen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr bleibt dabei. Kann ich nur empfehlen. Hier seht ihr, dass ihr das Buch relativ einfach findet. Und jetzt habt ihr hier zwei Optionen. Ihr könnt erstmal gucken, worum es geht. Die Kernaussagen, welche sind die? Und hier kann ich auch nur empfehlen, manipuliere deine Gefühle und manipuliere deine Gedanken. Ist eine wahnsinnig gute Technik, um einfach dauergrinsend durch die Gegend zu laufen. Manipuliere dein Verhalten und manipuliere deinen Glauben. Tja, was steckt dahinter? Jetzt könnt ihr das Ganze lesen. Wer Bock darauf hat, aber wer will schon lesen? Und ihr könnt das Ganze abspielen, dann wird es euch vorgelesen. Und wer das richtig cool findet, der kauft sich danach einfach das Buch. Denn auch als Inspiration kann das dienen. Es muss nicht beim Blink bleiben. Und jetzt wisst ihr auch, warum ursprünglich mein Kanal Gotti Lifestyle hieß und sich trotzdem zur Hälfte um Fitness gedreht hat. Weil das ein Lifestyle von mir geworden ist. Selbst Supplements zu nehmen, macht mir Spaß. So rumzulaufen, macht mir Spaß. So auszusehen wie Van Damme, den ich früher bewundert habe, im Tanktop im Sommer, macht mir Spaß. Die Aufmerksamkeit im Ausland zu bekommen und damit mit den Menschen in Kontakt zu treten, macht mir Spaß. Und das Training selbst macht mir Spaß. Ihr könnt nur selbst für euch testen, was davon auch auf euch zutrifft oder wie viel davon wirklich Pflichtprogramm ist. Und dann müsst ihr schauen, was es für euer Leben macht. Sollte es natürlich Gesundheitsaspekte haben, dann ist das was anderes. Aber ich rede jetzt vor allem von Bodybuildern, die ihren Körper möglichst muskulös aussehen lassen wollen. Und ich behaupte, über 50 Prozent im Studio machen das nicht mit der Freude, mit der es sein sollte. Und nicht als Lebensbegleitung, wie es sein sollte. Nehmt es lockerer, aber trotzdem arbeitet hart daran und dann wird das was. Wer mal sehen möchte, was als Inspirationsquelle entsteht und wie man mit einer 100 Kilogramm Hantel auf einen Gletscher geht im Himalaya, der schaut mal einfach direkt hier weiter. Ich bin sehr gespannt, ob es euch fängt oder nicht. Ansonsten, wenn ihr solche Themen mögt und öfters besprochen haben wollt, mal neben Fitnesstipps, lasst mir einen Daumen da. Hier müssten eigentlich jetzt ganz viele Kommentare kommen, wenn nicht sogar bis zum Ende des Videos schon einige kommen. Kopiert euch das raus und die Fragen, beantwortet sie mal und es entsteht sogar ein regelrechtes Forum für die Diskussion daraus. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht oder wo ihr auch wieder sprechen würdet. Ansonsten abonniert den Kanal, verpasst kein weiteres Video mehr, folgt mir treu und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.